Es ist viel zu früh! So, jetzt war ich im Bad und jetzt geht's nach Baden. Man stelle sich vor das Gesicht von Johan Lava und das wird das Cover sein. Und genau da passiert die Fusion von Europa und Asien und wir sind gespannt! Und was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass es richtig lecker schmeckt. Ganz einfach, sehr lecker! Hier haben wir jetzt Sommertalt à la Johan Lava mit frischem Himbeeren, Meringue, Baldbeer, Creme und Himbeerenmus. Und jetzt kommt noch eine metten Johan Solve. Oh, das kommt schon! Sollen wir vorher ein Foto schauen? Ja! Sollen wir die einstellen? Ja! Ja! Kann man die Lisa nachher bitte erwähnen? Die Patissiere? Lisa Schiesl, sehr talentiert aus Ramsau im Zillertal. Ja, traumhaft! Ja? Ja! Was ist mit ihm? Ich glaube, er auch. Ja natürlich! Oliver Mitsch aus Stuttgart. Das ist eines unserer Highlights hier. Herr Wein, was machst du nicht durch? Bester? Laufst du bitte noch? Ja, das war mit der Beste. Mit der Beste? Der Beste in Tirol, oder? Du bist auch aus Tirol. Warst du auch der Beste aus Tirol? Ja, aber schon flaschen. Das ist also ein grünes Apfussorbet mit schönen Meringmasse mit Zimtstreusel. Das ist geschmorte, englische Angus-Uxenbacke mit Zitronengas-Polenta und frischen Gewissen. Alles riecht gut. Riecht gut, sieht gut aus. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Das ist ja Wahnsinn. Lamm von Downlands. Downlands ist ein kleines, hügeliges Nachbaröhrchen hier von BAF. Da wachsen die besten Lämmer mit Spargel, geschmorten Karotten. Und dieser Donut da ist aus Sellerie und Orangen. Im Sellerie drin schwimmt die Soße. Und welche Soße? Lamm-Soße. Das ist ein Looptimeer mit einer asiatischen Curry-Kartoffel-Soße. Dazu Rodibede-Couscous, Fenkel und Macadamia-Nussknocki. Nach dem Shooting darf auch gegessen werden. ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.